Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Star Wars Thor Bzw. Star Wars The Old Republic So, oh, da ist jemand schon gerade lang geflogen Ist ja cool Pippi Langstrumpf Erster Hey, guck mal, guck mal, wir können jetzt hier irgendwas machen Aktion ansehen Ey, 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 wieso rennt sie weg? Bleib hier Warum geht sie weg? Ich wollte sie antanzen Allgemein Nein, sie rennt weg Nein, Pippi Langstrumpf Schade Okay, ich glaub wir sollten jetzt endlich mal so anfangen Boah, so ein Lichtschwert will ich jetzt auch bald mal wieder haben Weil dabei müssen wir uns jetzt hier um diese Fleischhäuberjäger kämpfen Ach Mensch, der hat sich schon drum gekümmert, mein du Penis Äh? Meiner Ha So Den ersten haben wir schon mal erledigt Also ihr seht das mit ihm rein Boah, boah, boah Oh, wir haben Loot Loot Loot, alles nehmen, was wir da finden Und wir müssen uns, äh, hier unten zum Pfeil hin bewegen Hier unten Ach Mensch, Pippi Hey Pippi, Langstrumpf, Friede und Obsessor Und nochmal Loot Oh, Loot, Loot, Loot Alles nehmen Ah, das war Nummer eins Okay, da machen wir dann halt so ein, so ein Verursacht 37 bis 47 Schaden über eine Reihe schneller Nahkampangriffe Ähä Bring zwei Fokus ein Grifft einen beidhändigen Waffen mit beiden Waffen an Ah, okay, gut Und das liegt für Ziel für 496 8 Äh, 85 Schaden Greif mit beiden Okay, gut Also der Heap ist ganz normal sozusagen, glaub ich Also der Heap ist Ganz normal Scheiße Okay, jetzt gehen wir mal hier lang Ich weiß nicht, wieso das gerade so rumleckt Ich schau mal mir das kurz an Das liegt wahrscheinlich am Server gerade Autsch So genau, das ist ganz normaler Angriff halt Genau Schade Schade, dass es nur so normale Angriffe sind So Hier können wir glaube ich gerade nichts weiter einsammeln Aber hier hinten bewegen wir uns dann zu einem ganz anderen Ort hin Nämlich zu so einer Sidequest Also einer Nebenquest Machen wir erstmal die Fleischhäuser anlegen Nämlich 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 Da haben wir es aber noch Ups Ah Sehr schön, Hammer Oh, da haben wir was Holocom Ihr seid unverletzt Ein Fleischräuber hat mir ins Bein geschossen Als ich ein paar Padawane gerettet habe Ich weiß nicht, woher diese Biester Blaster haben Aber sie wissen, wie man damit umgeht Ich wurde zu einem Medi-Center gebracht Aber der Kampf ist noch nicht vorbei Alles klar Ähm, wo ist der Ratajidi? Ich halte die Stelle Wo ist der Ratajidi? Ich hätte mittlerweile Verstärkung erwartet Einige sind schon hier Doch es kommen immer mehr Fleischräuber Deswegen melde ich mich Ein anderer Padawan hat einen Höhlentunnel gefunden Den die Fleischräuber nutzen, um ins Tal zu gelangen Ihr müsst zu diesem Tunnel und dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkungen bringen Ähm, ist so gut wie verschlossen im Alleingang Ihr müsst den Tunnel dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkung bringen Okay, würde ich sagen, ist so gut wie verschlossen, oder? Ich werde diesen Tunnel finden und versiegeln Wir müssen diesen Konflikt beenden, bevor noch jemand zu Schaden kommt Findet den Tunnel bei der Gebirgskette Möge die Macht mit euch sein Alles klar, schönen Dank auch, aber Oh, da haben wir noch irgendwas Oh, genau Apropos, ich glaub mit Inventar, genau Äh, steuern links für Vorschau Das hier, äh, mittlere schwere Rüstung Plus Direktion Also hier, links zum Beispiel Sehen wir gerade das, was wir ausgerüstet haben Das ist jetzt gerade die Unita, äh, hier die Untertunika des Paderpans halt Äh, Brustmittel schwere Rüstung, Wert 2 Ähm, also wenn wir es verkaufen würden, würde es einen Wert von 2 haben Guten Tag Warte So Hier erledigen wir auch mal ganz schnell Ah So, jetzt ist auch die Geschichte hier So, jetzt haben wir, oh, wir haben noch mehr Lot So, jetzt schauen wir mal wirklich jetzt rein Ähm, ich glaub aber, wir mussten dafür einen Charakterbogen aufmachen Beziehungsweise auch nicht, alles klar Ähm, erfordert mittelstärke Rüstung Warte mal, erfordern wir eine schwere Rüstung Äh, hier zum Beispiel links, was wir gerade anhaben, hat nur 7 Rüstungen Das rechts hier, die Banterhautweste, hat, äh, halt 20 Rüstungen Die wären natürlich besser Deswegen wählen wir jetzt die Banthautrüstung aus Das wäre jetzt hier, äh, ja, Scrap Also, brauchen wir eigentlich nicht Und hier können wir halt mit ein bisschen Money halt das Inventarmodul erweitern Äh, was, das wäre 20.000 Credits halt Oder 390, äh, ja Benutzerkonto oder Charakter Da kann man ein ganzes Benutzerkonto mitmachen, das ist nicht schlecht Aber ich habe, wie gesagt, 6.400 Das wollte ich mir ganz gerne aufheben Weil ich nämlich noch ein bisschen mehr habe Äh, und ich wollte mir vielleicht so ein paar legendary Rüstungen dann irgendwann mal holen Irgendwann mal, aber egal So, jetzt schauen wir uns das erstmal an, wo wir sind Hier ist diese erste Lektion für den vermissten Schüler Das ist jetzt diese Nebenquest, die wir ja angenommen hatten Jetzt im letzten Part Würde ich sagen, dann gehen wir mal hin Und ich wundere, das leckt auch bei mir grad hier so ein bisschen Aber das liegt wirklich dann mit an den Servern Also da kann ich wirklich nichts machen Vielleicht in irgendeinen leeren Server mal reingehen Aber hä hä, ich meine, die Server sind immer gut besucht Boah Muss die Reichweite ernähren So, der ist auch Geschichte Ähm Die kriegen ja später auch noch viel viel mehr Fähigkeiten halt, ne Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie das Charakteraufwerten ging Schalte weitere Kleidung frei 1 Ich glaube das war JV Journal Ne, hier oben war das glaube ich irgendwo Hier war das glaube ich Fähigkeiten, genau Fähigkeiten Äh, Gefährten wiederbeleben Sowas haben wir gerade, Jedi Ritter, Nahkampf Der Hieb, genau Ist ganz normal halt Vorstoß Waffengeschmied, hier Waffengeschick Wiebruchschwert ist passiv Also wir haben noch verschiedene Möglichkeiten Ist ganz gut So Gefährten und Kontakte Missionslogbuch Fähigkeiten Ne Ne Ich glaube das kommt noch alles ein bisschen später Wenn wir ein gewisses Level haben Aber wie gesagt, die haben hier sehr sehr viel geändert Hier zum Beispiel der Kartellmarkt Genau Und hier haben wir wirklich eine Menge Also Ah, Mann Lasst uns mal gucken hier So, wenigstens haben wir einen kleinen Loot hier Ein paar Credits Credits sind immer gut Credits kann jeder gebrauchen Ne, wir sind mal ein bisschen kurz weg hier So Dann schauen wir es uns mal kurz an Äh, Kartellmarkt Zack Also hier haben wir Sachen Beispiel hier 6.300 Hyperkiste Dunkle gegen Helle Pakete Ah 6.300 Ich habe 6.400 Noch was habe ich gesagt, oder? 6.400 Wir könnten uns das kaufen Äh, das könnte man sich ja auch mal angucken Enthält 30 dunkle gegen helle Pakete Krass, oder? Ich meine, man kann ja sehen hier populär zum Beispiel Gemini Paket Äh, dunkle gegen helle Paket Also hier sind sehr viele Pakete Oder hier ist generell Paket Gegenstände anzeigen Kann man sich mal das angucken Ein Rache Paket Also, hier kann man sich eine Menge, Menge kaufen halt Oder hier zum Beispiel Lichtschwerter halt Lichtschwert des Klingenmeisters Die haben dann halt verschiedene Äh, ja Da Die haben auch verschiedene Formen halt Und auch verschiedene, ähm, Buffs und Debuffs halt Zum Beispiel hier, äh Plus 60 Machtkraft Ja Das hast du dann halt immer Das ist eigentlich gar nicht schlecht Aber wie gesagt Das sind noch einige der günstigen glaube ich Äh, wenn man weiter nach hinten geht Würden dann halt glaube ich Vielleicht auch ein paar bessere Na, 500 Das ist so eine Sache Muss man halt gucken Also ich wäre auch mehr halt darauf aus Von den Lichtschwertern halt Äh, mir wirklich dann halt Etwas teurere zu kaufen halt Beziehungsweise Rüstung Rüstung finde ich halt auch sehr wichtig Aber jetzt gehen wir mal weiter Wir müssen doch da hinten irgendwie hin Äh, ja Genau Gehen wir jetzt erstmal da lang Sind wir denn überhaupt auf den richtigen Weg? Ja Wir müssen nur da irgendwie rüber Ach, ich hätte auch springen können Ich Dorfdepp Äh So Das ist nur die Frage Was denn das hier eigentlich schick ist? Okay Ist es das hier? Tatsache Ich wäre jetzt da rüber gesprungen Ah Typisch mal wieder So So Den haben wir Schnell den hier eliminieren Bam Weiter, weiter, weiter Tote Stoß Yay Wir haben ihn Irgendjemand was gedroppt Was schönes? Ne, überhaupt nicht Schade Ja, darauf muss man auch passen Manche droppen halt ein bisschen mehr Manche halt ein bisschen weniger Manche auch gar nichts Ist dann auch manchmal ein bisschen traurig Können wir da hoch? Ne, ich glaub nicht, oder? Ne Dann müssen wir außen rum Tut mir schorri Aber ich weiß nicht, ob das so klappt Ja doch, ich glaub schwimmen konnten wir auch So, sicher die Gnads-Höhle Äh, Tython wird von, äh Was wird von keiner Gilde kontrolliert? Oh cool Halt, 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 halt Ah, das ist nicht mehr so viel mit der Maus hier So, die haben wir auch erledigt Wir haben jetzt bald wieder einen Levelaufstieg Hier unten Ist die EP und hier unten ist das, äh Ja Franke Vermächtnis Tydenerfolg, was? Tydenerfolg, was? Was? Wildtiere Ah, okay Wir haben, wir haben irgendwie was bekommen Okay, Kreaturen erledigt Oh, da bekommen wir irgendwas Das 50 Guides Horantos, Mankana, Katzen und andere Umstreifen und Kreaturen im Willen von Titans Erledigt Oh, cool, okay Wusste ich gar nicht Habe ich jetzt jedenfalls freigeschaltet Cool Alles Leben Danke, vielleicht habe ich das sogar im Inventar Ja, da war dieser Gegenstand Oh, klasse, okay So, und Okay, wie ich sehe, wir müssen einen ganz anderen Weg gehen Vielleicht können wir uns auch hochbacken Ich, ich backe gar gerne Also nicht Ja, doch, backen manchmal auch gerne, aber Ha Okay, die leben noch, sehr schön Wie geht es ihm? Er sollte sich im Jedi-Tempel ausruhen Aber wenn du nicht aufgeben willst, kann ich ihm in der Zwischenzeit helfen Gib ihm das letzte Kolto, wenn es sein muss Der nächste Kampf steht kurz bevor Boah Füßling Hey, schön, noch einen lebendigen Padawan hier draußen zu sehen Ihr könnt von Glück reden, dass euch diese Kreaturen noch nicht erwischt haben Kreaturen? Wir fragen mal, welche Kreaturen oder ihr müsst die vermissen Ne, wir fragen erst mal die Padawaner Ich habe euch gesucht Was ist dir passiert? Ich wusste, dass sie uns retten würden Wir suchten nach Weisheiten des Jedi-Kodex Die Fleischräuber haben unsere Prüfung gestört Ich hatte noch nie so einen Kampf Wir haben ihn getötet, aber Jeridan wurde schwer verletzt Ist das in Ordnung? Euer Freund? Wie schwer ist er verletzt? Er hat große Schmerzen und sollte sich nicht bewegen Es wäre falsch, wenn Jedi einen Kampf und Rache suchten, während jemand anderes leidet Das ist deine Meinung, Minaos Wir haben uns aber anders entschieden Ausbildung hin oder her Ein Haufen Tiere wird uns nicht daran hindern, Jedi zu werden Sie hat doch recht Jedi geben nicht auf, oder? Sie liegt falsch Im Kodex heißt es Es gibt keine Leidenschaft Nur Gelassenheit Es reicht Minaos Wenn ihr uns Hilfe anbieten wollt Wir könnten sie brauchen Hilft uns, um die Fleischräuber büßen zu lassen Ne Deswegen Jetzt seht ihr zum Beispiel Unten Da verfärbt sich dann dieser Dieser Ring in Rot Also Beziehungsweise Es ist dann Rot Und jetzt hier, wenn ich jetzt sage Ihr geht jetzt nach Hause Ja, also ihr geht nach Hause Jetzt Es ist mehr, dass die sich sozusagen nicht zur dunklen Seite hingeben sollen Weil, wie wir ja wissen Ähm Führt Zorn oder Rache zur dunklen Seite Wut Wut Zorn, Hasse Abholung Sehr schön Weniger einer Äh, wenigstens einer hat darauf gehört Ha Hallo 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 Kann ich da irgendwas machen? Die Gruppe einladen? In Unterhaltung Hey, 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 hey Warte mal, warte mal, warte mal Aktion, Aktion Allgemein 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 Akario Sehr gerne Hier, hier schreiben die schon wahrscheinlich alle Tänze Weil eigentlich kann man irgendwie so Taktik Tänze Ah, hier sind hier genauso Tänze Oh, was? Hä? Ich hab doch gerade tanzen gemacht, oder? So Wie war denn nochmal tanzen? Ich wusste, irgendwie kann man tanzen Sagen Brüllen Ah, okay Ah, okay So kann man, ah Alles klar Egal Das klappt nicht, deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter So, wo sind wir denn jetzt da? Äh, immer noch hier unten Das heißt, wir könnten jetzt einfach hier uns so lang Jumpen Also das Grüne hier unten in der Ecke zum Beispiel Meister Ralex Kerl Zum Meister Ralex Zurück Das heißt, wir haben jetzt diese Herausforderung Beziehungsweise Wir haben das jetzt sozusagen bestanden Da können wir die Mission jetzt abgeben Aber ich denke mal, da wir jetzt noch so relativ Relativ weit hier hinten sind Hier gibt es überall manchmal so Teile Also beziehungsweise so Plätze halt Wie jetzt zum Beispiel hier Ähm Hier wäre jetzt einer Und hier Und hier unten Dass man dann halt so schnell Reisen hat Da würde man sich dann hier reinsetzen In diesen Außenposten Gleiter Und dann Würde man so ganz schnell da hinkommen Das ist eigentlich gar nicht so schlecht Penis So, jetzt geht's weiter Hier unten zum Beispiel kann man so Leute befreien Oh Tut mir leid, wie gesagt ich Ich habe ja schon einen Main-Charakter Der ist ja auch jetzt auf Level 30 Deswegen weiß ich halt leider so ein bisschen Wie es hier so abgeht So, da sammeln wir jetzt mal alles ein Oh Banterhosen Und das klicken wir jetzt einfach mal an Das öffnen wir Und lass den frei So, Bonus Befrei die Gefangenen von Padawan Äh Befrei die Gefangenen Padawan So Eins von sechs Das heißt Hier gibt es noch andere So, sehr schön Oh, da ist noch einer Gut Die sind erledigt Die kleinen Mistviecher Wie wir wissen Da hinten war ja auch noch einer Hey Da rennen wir jetzt auch mal schnell hin Hier ist auch noch so ein relativ dicker Vieh Wilde Mankerkatze Die hat Ja, das geht Also wir sind ja noch relativ low halt Von allem eigentlich Das ist ja jetzt erst der Anfang hier So Nummer eins Oh, Stufenanstieg Wunderhübsch So, jetzt ist der zweite schon mal befreit Zwei von sechs Die sind halt hier überall verteilt Muss man mal ein bisschen genauer gucken Trotzdem würde ich jetzt sagen Ah, genau Was ist denn hier? Was soll denn hier sein? Äh Achso Befreie die Gefangenen Padawane Ah, okay Gut Okay Mit mir reden Emoticon anklagen Ich klag ihn an Sehr schön Eine erstaunliche Leistung Eine erstaunliche Leistung Ah, da hinten ist der nächste Käfig Sehr schön Also zum Anfang ist das wirklich so ein bisschen Ah, okay Das dauert jetzt ein bisschen Bis man so ein bisschen in die Store reinkommt Man könnte jetzt denken Oh, was ist das langweilig? Passiert ja nichts Ja Weil Es ist Es ist halt der Anfang Und man weiß noch nicht wirklich genau wie es anfängt So ein bisschen noch So frisch alles Ja Ja Hier ist der nächste Und Die andere Sache ist auch die Man weiß noch nicht wie es weitergeht Ob das auch so langweilig bleibt oder so Und Deswegen sag ich immer ganz gerne Shop Sagen wir mal ein bisschen weiter an Der Fun kommt von alleine Ganz später So Hier waren keine mehr Hier waren nur diese koschen Fleisch Räuberinskis Ja Die haben halt die Schwerter dazu Die können was halt Perfekt Oh, der hat was Eine kosche Art Medaille Die Schützen, das sind glaube ich Jedi Wächter, oder? Jedi Wachmann Na, wusste ich es doch Ah, okay, aber was sind die Jedi Wachmann Jedi Wachmannse Ähm, die Schüler brauchen auf jeden Fall Hilfe Einer von ihnen wurde verletzt Ihr müsst zusammen mit dem Evakuierungsteam Einen Sanitäter schicken Das ist die Standardprozedur Sie sind in guten Händen Wahrscheinlich wollt ihr euch nun wieder euren Prüfungen zuwenden Ich danke euch Möge die Macht mit euch sein Sehr schön Da haben wir schon mal unsere ersten Superschuhe Also die sind wirklich gute für den Anfang Also, da kann man nichts falsch machen Ähm, wir haben momentan Beherrschung 6 und Ausdauer 7 Damit haben wir auch 6 und 7 plus Ausdauer halt Oder nochmal dazu halt Äh, plus Wollen wir mal Rüstung Plus 32 dann halt Also, wir sind auf jeden Fall besser dran Beziehungsweise Links sehen wir ja halt Und Statistikänderungen Äh, ja Wir rüsten einfach aus Weil die haben ja nichts dann so Okay, gut Ähm, hier hatten wir auch nochmal Rüstung plus 13 Das wechseln wir auch nochmal Somit sind wir jetzt ein bisschen besser Equipped Das sieht halt komisch aus Aber wenigstens hat er keinen Leckdegg Es gibt, das ist schon mal ganz gut Das sieht so immer merkwürdig aus Wenn die Charaktermodelle immer so ganz dünne Beine haben Und Naja, das sieht einfach merkwürdig aus So Und zum Thema Lichtschwerten Mal drauf zurückzukommen Ich weiß nicht Ich finde blau Ist sehr schön hier die Farbe Also ist echt Echt prachtvoll Ich habe das letzte Mal das Spiel irgendwie vor Drei Jahren oder so gespielt Boah, hat er denn ja nicht so krassere Spiel Ich glaube das ist ein ganz normaler Angriff halt Der Vorstoß Oh Okay, gut So Äh, wir können ja hier auf der Minikarte uns das mal angucken Da war so ein Gefängnisding sicher Die Gnadshöhle Wie man sieht man muss die nicht unbedingt angreifen Die greifen jetzt auch nicht einen an Also war jetzt hier eben gerade habt ihr das ja gesehen Ich war in der Nähe Die greifen auch nicht unbedingt an glaube ich Ich weiß nicht Ich lauf jetzt einfach mal die Zelle vorbei Alles klar die greifen an Und was wollen die denn rauben Fleisch Warum sind die so interessiert an uns Das ist dann auch später irgendwann nervig Wenn man sich einfach nur so vorbei schmuggeln will, sag ich jetzt einfach mal Oh, oh grün, grün ist immer gut Oh, oh, oh Oh, oh Was haben wir hier? Oh, oh Perfekt, also zum Anfang Oh, oh, oh Eine Kiste Was haben wir jetzt hier drinnen? Ähm Was? Kleiner Ranzen mit Handwerksmaterialien Gebunden Okay Irgendwelche Medizin oder so Äh 27 Rüstungen hat der hier Der hat 14 Rüstungen Ähm Gegenstattwert 10 Gegenstattwert 10 Ähm Statistikänderungen Plus 7 Rüstungen ist klar Plus 3 Beherrschungen 4 Ausdauer 4 Beherrschungen 3 Ausdauer Ja Machen wir 3 Beherrschungen 4 Ausdauer machen mit der hier Weil der hat auch 27 Rüstungen Der hat nur 14 Rüstungen Deswegen nehmen wir jetzt den her aus Wenn du dich mit dem Gäscher Echt nicht Dann wirst du ausrüstet Ist er an dich gebunden Ja, natürlich doch Ich möchte, dass er an mich binden wird Gut Hier unten haben wir jetzt Einfacher Fähigkeits-Dim Benutzt Erhöht die Beherrschung 60 Minuten lang Nee Das brauchen wir noch nicht Das, das würde ich einfach sagen Heben wir auf Jetzt haben wir mal ein bisschen mehr Rüstung Das heißt wir können mehr Damage einstecken Hehe Und schauen uns jetzt noch Die nächsten Cages an Ich weiß nicht Hatten wir hier Einen Käfig gehabt Beziehungsweise den hatten wir auch schon Maaah Ich wusste es Haben wir auch Haben wir auch Gut Wie ich gerade sehe Den haben wir schon mal aufgemacht Dann geht das hier leider nicht Auf der anderen Seite habe ich gerade auch was gesehen Hatten wir den aufgemacht Ich glaube ja, oder? Maaah Das kann ich gerade so schlecht einschätzen hier Erhöht das Bedingungen außerhalb des Kampfes um 35% Das ist nicht schlecht Mit Shichu-Form Abgegenzeit Eine ausgewöhnene Form der Lichtschweerkampf ist Bei der der verursachte Schaden 3% erhöht und der Lippen Schaden 3% reduziert wird Oh warte mal da drin, da ist die Kiste Da looten wir uns jetzt mal schnell rein Alles nehmen Ok Ok Jetzt können wir mal schnell drum Ich bin außerdem auch gespannt wie sich das dann alles entwickeln wird Wir haben jetzt ja die ganzen 4 Episoden Also ja kann man so sagen 4 Episoden Also es sind ja jetzt mittlerweile schon 4 Soweit ich weiß Den haben wir auch schon Den haben wir und den haben wir da hinten So das heißt wir jumpen jetzt einfach mal hier rein Blup Den überspringe ich jetzt einfach mal Dazu gehe ich elegant hier links jetzt lang Ah ok die wilde Marker Katzen spielen Was? Das funktioniert bei der nicht? Ok So Der hat so Gefährten Das finde ich echt gefährlich Ich glaube den hatte ich noch nicht So Sich einfach irgendwie so vorbeischmuggeln Das wäre cool So unsichtbar werden Ah hier sind noch mehr so eine Dinger Jetzt Können wir ihn befreien? Nein können wir nicht Da hinten sind auch noch mehrere so eine Teile Wann kann ich die nicht befreien? Wann habe ich die Mission dazu schon vergeigt oder was? Hä? Das ist merkwürdig weil irgendwie wird mir das nicht mehr angezeigt zum öffnen der Teile Kann sein dass es jetzt vielleicht irgendwie so eine Art Fehler ist oder so Das wäre sehr schade So Adios Muchacho So Gut deswegen gehen wir gleich in die Nähe der Höhle Äh Okay Keine Ahnung Dann gehen wir gleich mal nach hinten hin und schauen uns das an Vielleicht haben wir das auch schon irgendwie erledigt Wovon ich nicht weiß Und deswegen erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen von Star Wars Ähm The Old Republic Ich würde immer Knights of the Old Republic sagen Aber ist es nicht Das ist ja Knights of the Fallen Empire Ähm Ja hoffentlich hat es euch wieder gefallen Schreibt doch einfach mal in den Kommentaren hinein was ihr gerne mehr sehen möchtet Was ihr euch doch erhofft von dem Spiel Wie sich das dann so entwickeln sollte Vielleicht habt ihr auch schon irgendwelche Ideen Wäre ich jedenfalls sehr verbunden drüber Und deswegen ja Vielen Dank fürs Zuschauen hinter das doch irgendwie ein Kommentar oder ein Like Und deswegen bis zum Ende Tschü tschü